Aus Ideen werden Lösungen. Fair Lagerlogistik. 23 Meter hoch, 50 Meter lang, über 3000 einzelne Lagerplätze und eine Leistung von gut 60 Kassettenbewegungen pro Stunde. Das sind die riesigen Dimensionen des Fair Honeycomb, so wie das Wabenregallager beim Unternehmen Sauter Edelstahl AG in Mölin zur Anwendung kommt. Sauter Edelstahl ist ein Handelsunternehmen mit angeglitterter Produktion für Edelstahl- und Aluminiumprodukte, Flachprodukte, also Bleche inklusive Blechzuschnitte und Stabstahlrohre, auch mit Anarbeitung im Bereich von Sägen. Das angelieferte Material wird auf eine neue Lagerkassette geladen. Ein speziell angefertigtes Karussell transportiert die Kassetten zum Regalbediengerät. Durch gleichzeitiges Zu- und Abführen von Kassetten reduzieren sich Wechselzeiten auf ein Minimum und steigern so die Effizienz. Dank der an die Kundenbedürfnisse angepassten Lagerverwaltung Fair WMS lässt sich das Lagersystem ganz einfach bedienen. In intensiver Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Fair das System Honeycomb auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt. Dabei wurden die baulichen Rahmenbedingungen optimal mit dem Materialfluss harmonisiert, bei möglichst geringer Grundfläche. Fair hat uns dabei geholfen, einen Lösungsansatz zu konzipieren, der die Anforderungen abdecken konnte. Und der Vorteil dabei war, dass wir von der Lagerverwaltung über die ganze Mechanik hin zur Installation bis zur Wartung betreut hat. Und unsere Installation so ausgelegt hat, dass wir unsere Ziele erreichen konnten, noch immer erreichen können. Zwei Regalbediengeräte befördern das Material prozesssicher zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Die Materialverfügbarkeit ist für einen einwandfrei ablaufenden Produktionsprozess unerlässlich. Im Regallager kann Material mit einem Volumen von insgesamt 8000 Tonnen gelagert werden. Das Karussell beim Warenausgang erlaubt einen schnellen und reibungslosen Kommissioniervorgang. Die Lagerkassetten lassen sich bequem bis zum gewünschten Ort transportieren. Es heißt also nicht Mann zur Ware, sondern Ware zum Mann. Fair Honeycomb – kein Lagersystem bietet mehr Kapazität bei gleichem Raumbedarf.